So, liebe Abonnenten, Völkchen Wesker wieder hier mit einer weiteren Folge des Z-Overpog auf der Map Scherneros, auf dem Server DE1000. Ähm, ist ja schon eine Weile her, wo ich mein letztes Video hochgeladen habe und ich dachte mir jetzt einfach mal, ja komm, machst du was, kriegst du was, so nach dem Motto. Ich spawne Ground. Elektro, ich habe ein bisschen Bock auf PvP. Äh, warte mal, ja, SVU oder, nee, ich will M24 Black haben. So, wunderbar und dieselbe Environment Zone. So, wunderbar. Gut, ähm, Elektro-PVP-Zone, hoffe ich mal, weil letztens hatte sich das ja irgendwie nach Lopatino, äh, verabschiedet mit der PvP-Zone und, na, na, mal gucken wir mal. Wenn hier nichts los ist, dann werde ich mal wieder nach Lopatino. Was habe ich gerade gesagt? Oh, ich höre wieder kaum was. Ah, warte mal, da oben war da einer. Von da wurde doch gerade geschossen. Ah, wo bist du? Wo bist du? Ask him I love you. Ah, kann sein, dass der da rumschießt mit der MK-16. Warte mal. Okay, dat ist sauber. Dat ist auch sauber. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? WTF, wo ist denn hier die Fire Station? Ach, da. Hm, hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Gut, aber Krankenhaus ist sauber. Heli. Aber ich muss den Berg hier rechts von mir im Auge behalten, weil von da kam nicht ein Sniper-Schuss und der war nicht gerade weit weg gewesen. Und ich denke, wir wissen, wie ich im No-Scopen bin mit der M24. Nämlich, hm, ja, gar nicht. Mal erst mal checken. Ich bin außer Atem. Gegen checken. Ach, kick ineinander. Ist da sogar einer. Ob der mich gesehen hat? Hm. Ob der mich gesehen hat? Hm. Ah, mein Monkett. Jo, das Problem ist natürlich, ich bin allein unterwegs. Das kann natürlich sein, dass er noch einen Verbündeten äh, mit an Bord hat. Aber das sieht nicht so aus, wa? Hatten er. Er hat die M24. Da ist der Sniper-Schütze, den ich meine. Jo, du hast Bloodpack, nimmig. Munition, nimmig. Und Bandagen. Muffin. Okay, das war's. Okay, mehr brauch ich nicht. Danke. Base-Pedal? Scheiße. Schade eigentlich. Jo, da hat ein Base-Pedal, das gerade gespawnt ist. Oder beispielsweise der Loot, wird das nicht mehr auf der Karte angezeigt. Also kann ich jetzt nicht gucken, wo das war. Ist natürlich kacke für mich. Das bedeutet, ich muss mir jetzt wieder Gegner suchen. Ach nee, sieh eine an, da wird ja schon wieder geschossen. Ist der schon wieder an der gleichen Stelle, der Typ? Ich hoffe nicht, dass er jetzt wieder da ist. Mal gucken, wir mal. Wir riskieren mal einen Blick. Mal einen Blick riskieren. Okay, da ist keiner. Er ist auf jeden Fall nicht weit weg von mir. Der muss ja da unten in diesem kleinen Vorort sein. Komm schon. Zeig dich nur mal ganz kurz. Oder er hat wieder so eine behinderte scheiß Tarnkleidung an und liegt direkt im Busch drin, so dass ich ihn nicht sehen kann. Beziehungsweise, dass ich ihn nicht unterscheiden kann. Das ist natürlich mega kack, aber ich muss hier auch auf meine Umgebung achten, weil ich bin hier nicht alleine. Wenn ich mich nur auf eine Person konzentriere... Ach, da liegt er ja. Sieh einer an. Ist ja immer noch derselbe Typ. Quatschen wir mal mit ihm, oder? Nö. Nö, wir quatschen nicht mit ihm. Und schon wieder derselbe. Mich würde mal interess... Alter! Warte mal, von wo hat der gerade bitte geschossen? Von wo hat der gerade geschossen? Die Schüsse sind auf jeden Fall bei mir eingeschlagen. Hat der von da drüben geschossen? Das ist natürlich kacke, dass ich jetzt nicht weiß, von wo der geschossen hat. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Da ist er ja. Gucken wir mal, wie weit der weg ist. Nice, 600 Meter. 746 Meter. Dann runden wir mal auf auf 750. Da ist er ja. Nice. Tot. Einer down. Ach, da sind zwei drauf. Aha. Ich verstehe. Ah, er zeigt sich wieder. Hallöchen, Puppechen. Ich hab's dir gesagt. Alter. Alter, das war ein Hit gewesen. Und er überlebt. Ich meine, ich konnte wohl nichts anderes treffen, außer den Kopf. Er lag mit dem Kopf zu mir und er überlebt einen Sniper-Hit. Kopfhöhe. Who's in a fire station? I'm in a house next door. Was? Mich kann er nicht meinen, weil ich gar nicht in seinem Sichtfeld bin. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Oh. Da wird geschossen. Da wird geschossen. Warum kommt denn da keiner raus? Most Wanted is Bruce. Na, wo bist du? Fuck. Nein, 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 nein. Ja, ich hab's gewusst, Alter. Ja, das ist ein Problem, wenn man im Team spielt. Dann hab ich natürlich den Nachteil. Aber okay, weiß ich Bescheid. Bis gleich später.